Moin Youtubers, ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir, pünktlich um 12 Uhr. Heute habe ich ein geiles Video für euch. Bevor, möchte ich euch fragen, geht's euch gut? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche bisher. Morgen ist bei mir Gamescom, aber davor habt ihr hier ein geiles Video mit dem lieben Trio, mit dem lieben Felix und Vince, V1N's Cube. Gespielt habe ich in diesem Video mit der liebe KGM. Das ist mein Main-KGM-Bild, Meta seit einigen Monaten, liebe es. Und dann habe ich nicht mit der Amoguera gespielt, sondern mit der Marco. Das ist mein Marco-Bild hier. Damit habe ich gespielt im Video. Ist immer noch sehr, sehr gut. Ich bin momentan aber ein bisschen auf die Amoguera abgeschwitzt. Aber das ist nicht so schlimm. Wenn euch das Video gefällt, wie immer Like da lassen, Kommentar da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und es ist halt wirklich komplett egal, wie wir uns jetzt qualifizieren. Ja, weil es einfach am Mainz-Tag ist ein Spot-Race. Wäre schön gewesen, wenn wir... Und habt ihr lieber Unsinn in der WSW, oder wollt ihr irgendwelche Franzosen jetzt 100 Kills machen und dann den letzten Platz machen? Wer waren die Franzosen? Ja, der Schubs hat gerepeatet. Ich habe eine Drohne. Brauche ich mal eine Drohne? Ja, ja. So, Franzosen haben 90 Kills gemacht. Die Drohne wäre sehr big, ja. Verwündete Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auch. Ich habe einfach mal Bunker gemacht. Fänger. Und das kommt so. Ja, halt Cashflow, ne? Ja, ja, Cashflow. Cashflow und halt zwei Drohnen jetzt was. Oh. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Wie meinst du? Es werden irgendwelche Tio-Hacker-Shooting spielen. Safe. Das glaube ich auch. Wunderbezillig. Also Top 20 müsste drin sein. Digga. Muss drin sein. Oder? Ja, ich bin grad Fokus. Nee. Nee. Schuss. Nein, zwei Teams. Selina ist dabei. Wieso so viele Fragezeichen? Gönn doch. Hä, müssen wir Top 20 kommen oder Top 40? Top 40? Hier Top 40. Hier ist das richtig. Und dann Top 20 umklappen. Ja, mein ich ja. Warum schreibt einer Top 20? Der wird nicht besser. Kaiser, chat. Kaiser und Can sind ein Team. Wer von deutsch ist safe dabei? Also Can und Serena, ne? Mit wem spielst du jetzt eigentlich? Mit wem spielst du Serena jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Der hat uns ja gefragt gehabt. Deswegen meinte ich jetzt zwei. Aber ich denke, wir schaffen das Jungs. Ich bin über Dinge. Ich bin über Dinge. Ich glaube. Das bockt doch noch ein bisschen mehr als das, was wir erwartet hätten. Ja, cool. Die waren nicht lucky. Vielleicht wär's bei dir lucky gewesen. Aber ich bin ein fucking Demon, man. Wenn der nimm es ist. Party. Und mit den fünf Verschränkensubs. Scherl ist so viel Liebe dafür. Party. Alle, die am Start sind Liebe lassen. Und Bomben da lassen und bedanken. Spitz hat er das eigentlich noch. Starler spielt kein Zöder mehr. Der hat Zöder verlassen. er wird nie wieder zu spielen wie kann ich eigentlich so ein troller sein während ich in verfickte qualifikation spiele überhaupt nicht jungs also die bounties laufen nicht so sehr Sars hat keine Einladung für SOSW und wird sich auch nicht qualifizieren meinte er also ganz ganz ernst wir bauen die Gold, wir bauen die Gold für das Team bin ich ja im Leben holy Avocado heute vorher mal am Live-Mate würde ich ihm gönnen ich glaube jeder würde es sein ich weiß nicht was hier gerade abgeht aber es ist mir auch schadlich egal weil am Ende des Tages für Familie für die Familie Jungs Bungie-Jean-Jet für Familie Jett Mann Bungie-Jean-Jet Jungs ja bitte boah jetzt ne Blurban alter ne Shisha ne 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 Pfeife ne 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 Ziehenkanone oh mein Gott ich hab ich muss hier was gesehen ich war mir nicht sicher hab ich hier mal Co holen ja ja das sind übelste Bots Jungs übelste Felix genau hier wir haben wieder gut kills nein ich bin tot kauf mich hab dich großer hab dich großer dankeschön dir äh soll ich Fragezeichen anmachen oder soll ich Looper machen äh Fragezeichen in der Bounty 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 ich würde mich freuen wenn wir uns qualifizieren ich glaube wir schaffen das Chat 1 T-Chat wenn wir es schaffen 2 T-Chat wenn wir es nicht schaffen aber Phalaxi-Lobbys schmecken halt so gut bei sowas ne ja das ist sehr geil und Customs ich schwöre Customs ist nicht schwer wir waren Customs wir haben 2 gut Runden gehabt von 5 und wenigstens 2 gut Runden wo uns eine Runde weggenommen worden ist by the way hätten wir haben wir waren wir siebter Felix hätten wir 3 gut Runden gehabt wären wir einfach Top 3 oder Top 4 gewesen musst dir mal vorstellen du musst einfach nur konstant sein das sag ich dir jedes Mal Felix einfach konstant sein oh mein Gott ich hab Ola glaube ich alles gut einfach konstant ist der Key wenn wir S2W spielen wenn wir landen unsere Kills machen und dann save das Ding ist weil wir müssen sagen wir 10 Kills machen und dann auf Top 15 das sind so immer 15 bis 20 Punkte weißt du der Lodi war so Pfeil fest naja wirklich oder weil ich es nicht genommen habe Drohnen Treibstoff aufgebraucht Rückkehr zum Aufpacken ok bei Storage kommt noch kommt noch ein Team hoch ne nein das war meiner Sheriff der war meiner 60 plus kriegen wir auf jeden Fall wieder hin ja das reicht ja erstmal ich sag so wie sonst wenn wir 10 mal 60 plus haben dann bin ich schon können wir immer noch verbessern auch ja und wir haben schon mal eine sehr gute Grundlage sehr gute ja ja safe noch mehr Felix ich brauch Hilfe ich brauch Hilfe er pusht mich ohne Finishing hast du mich wohl nicht gewinnt beim Shop beim Ding ah oder da ja ja du hast keine Waffen ne ich hab keine Waffen bei mir ist ein Gegner der ist allein der ist allein der ist ein Bot der ist drin unter dem Winz stark Jungs gute Waffen stark macht das mal an macht das mal an trust trust ah hier unten bei blau waren noch ganz ganz viele Teams bestimmt 3-4 Teams oder so safe oder so ne 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 ich dachte er ist tot ich dachte er ist tot ich dachte er ist tot wenn er tot gewesen wäre dann hätte ich angenommen ey wollen wir Lodi holen ich sterbe glaube ich ich muss Gasmask holen ach der kann wir holen wir das so das reicht nicht gib mir Geld gib mir Geld na egal dann machen wir beim nächsten Shop scheiß doch lass da hin lass da hin ich glaube wir schaffen sogar 70 wenn wir uns anstrengen wenn wir noch einmal gut radieren ich glaube auch wir haben jetzt schon fast 60 10 Kills schaffen wir noch easy oder bei den Kills die wollen zu euch kommen ich bin vom Lodi egal Fickle 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 Münze hat die Milch ausgepackt äh äh er hat doch gerade eine Granate gekauft ich habe auch meine da waren zwei safe das waren zwei safe einer im Shop ja das ist ein anderes Team aber alles gut deswegen gekocht ich habe aber glaube ich das werde ich nicht überleben oder doch ich finde einen Ball back ja alles gut wo war der äh ich sehe es ich sehe es ich sehe es du Schwanz guck mal was ich jetzt mache mit dir ich fick dich was du brauchst sehr cheapig schön wer denkst du wer du sein bist möchtest auch noch einen Standorten geworfen hier hinten da wird auch einer gekauft da wird auch gesniped da wird auch gesniped da wird auch gesniped ich komme ich komme ich komme ich komme komm wieder 70 let's go ich hole kurz die und dann ich bin tot Fickle du musst die rechts holen rechts 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 du kannst einen kaufen du kannst einen kaufen oh mein Gott 1 gegen 1 1 gegen 1 1 gegen 1 glaube ich ich kann nicht ich kann keinen kaufen bei mir liegt Geld der ist immer noch da oben der ist immer noch da oben der war hier irgendwo oben ja lebt sonst keiner mehr ich habe den anderen noch genockt ich denke nicht dass er self hatte ich hatte einen knock finish auch ja links war der genockt irgendwo stark schauen wir ob er Geld hat wie gesagt an meiner Leiche liegt noch Geld ich habe halt keinen Standorten da wird wieder eine gekauft die ist in vorne ja das war da oben das war da oben auf dem Berg vor ihm rechts nach rechts nach rechts nach rechts nach rechts nach oben wo du vorher geimpft hattest du hast mein Geld noch nicht ein bisschen weiter links genau da am Weg war der ca auf der Straße lass ihn fighten er hol dir erstmal das Geld genau jetzt weiter genau da aus und links ja genau hinter dir ja wichtig du hast genug wen hole ich egal egal einfach gewinnen die Runde slow round ich kann Wind holen mach mal die Bankierung weg bitte hier oben gekauft kommen wir nochmal hoch ja eigentlich schon gib mir mal Platten mit zwei du hast Plattenbox Felix werft die ja ich will Wind holen ich will Wind holen wir müssen Wind holen oh da ist ein Ding warte mal wir oben waren eigentlich wir waren auch nicht gut ich wollte nicht riskieren ich habe keine Drohne da ist noch einer wir sind beide da drin einer Schiebeck einer Schiebeck ich mache gerade Waffe ich brauche noch einen schlagen ich schlagen bis zuerst ne oh 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 hier 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 ja gut ist hier da Team ich habe gepläzigt die sind immer noch da oben die sind immer noch da oben die müssen da runter jetzt gleich ein einzelner irgendwo beim Schiff ich habe das bei mir das bei mir bei einzelne es ist nur einer es ist nur einer ich habe den anderen getötet ich dachte bei euch sind wir in drei der ist shit der ist kommend shit mit Shotgun meine ich nicht mit Shit alles aber warten ja ja wir haben Zeit einfach nicht die Runde wegwerfen er läuft einfach bei der rein sag ich in seinen Shotgun ja ja in seinen Shotgun aber ohne Waffen oder davor Waffen droppen Waffen droppen und immer los machen wir haben ach digger muss doch jetzt nicht sein das ist ja bodenlos 75 wenn wir den killen ne 65 ich lost ne die Waffe ne 75 das hätte also ich weiß jetzt nicht was da bei der Playboy ist Vincent also Vincent also 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 ich habe ein Problem Felix für den Pre-Kill ich bin ehrlich aber also also wenn wir die Runde verloren hätten ne oh jei weiß ich nicht auf wen die gegangen wäre ich würde ich weiß auch nicht auf wen die gegangen wäre hätten wie die verloren wenn wir das was was das ist was war das ist was bei auch